Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin es in der Bio, begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von den ÖPNV News. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich bin eigentlich im Urlaub. Trotzdem kommt die News-Folge, die allerdings heute doch relativ kurz ist, denn ich kann euch natürlich nur das zeigen, was ich bis dato zusammengesammelt habe. Sollte sich in meiner Urlaubzeit natürlich die ein oder andere News natürlich noch angehäuft haben, werde ich das Ganze dementsprechend am Montag nachholen. Als allererstes fangen wir mit Projekt Gladbeck an, denn die haben nämlich auf Facebook ein neues Bild geteilt und dieses lautet 2020. Im Hintergrund irgendwie was Schemhaftes an Gebäude zu erkennen, was es genau ist, wurde dementsprechend noch nicht aufgelöst. Es wird natürlich viel gemunkelt, ob es sich hierbei um ein neues Projekt, das 2020 erscheinen soll oder ob es vielleicht eine bestehende Linie ist, die 2020 eventuell erscheint und so weiter und so fort. Ihr könnt ja gerne mitspekulieren, um was es hier geht. Ihr könnt allerdings natürlich mal auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Da wird das Ganze dementsprechend ja ein bisschen heiß diskutiert. Schreibt doch mal eure Meinung rein. Was würdet ihr jetzt anhand dieses Bildes jetzt hier vermuten? Ist da vielleicht doch ein neues Projekt in Planung von Kevin Nitschmann und Thiem oder handelt es sich hier einfach wieder nur um eine reine Werbemacherei und man versucht hier nochmal die Produkte, die man schon veröffentlicht hat, nochmal am Mann zu bringen? Wie gesagt, nutzt dazu mal die Kommentarfunktion. Neues vom Leitstellensimulator von PDP-Software gibt es natürlich auch wieder. Die wurde natürlich schon letzte Woche veröffentlicht, aber ja, da war die Newsfolge natürlich schon abgedreht. Hier geht es einfach nur um die Übersicht. Die Übersicht kann man so beschreiben, dass das Ganze jetzt ein Überblick darstellt für alle Leitstellenfahrten. Werdet ihr im Leitstellensimulator eine detaillierte Übersicht vorfinden. Hier seht ihr, welche Leitstellenfahrt gerade stattfindet und welche in Zukunft noch geplant sind. Ihr könnt euch für jede Leitstellenfahrt anmelden und sehen, wie viele Teilnehmer es bereits gibt, wer die Leitstellenfahrt veranstaltet und in welcher Sprache diese stattfindet. Die exklusive Beta des Leitstellensimulators für Omzi 2 erscheint im vierten Quartal 2019. Na, das haben wir ja schon relativ oft berichtet, dass hier ja relativ viele Bilder veröffentlicht werden und ich glaube, dass es gar nicht auch mehr so lange dauert. Man muss aber dazu sagen, wir befinden uns immerhin schon im Oktober. Lange ist nicht mehr. Viertes Quartal, wie gesagt, ist ja Winter. Aber der Winter, ja, der geht ja auch noch bis nächstes Jahr. Aber hier wird ja halt im vierten Quartal 2019 gesprochen. Also bis Dezember sollte dementsprechend das eine oder andere davon erscheinen. Allerdings, wie gesagt, ist man nur in einer Beta. Müssen wir mal schauen. Wir werden uns das Ganze natürlich angucken. Auf jeden Fall, was ich jetzt alles schon so gehört und gelesen habe von dem Leitstellensimulator, ist es genau das, was wirklich viele sich gewünscht haben. Und zu guter Letzt, ja, relativ selten im Programm, der Bus-Simulator 18 für den PC ist eine neue Mod erschienen im Steam Workshop. Die könnt ihr euch runterladen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen kleinen Ausschnitt von Sunny Springs, welches im Bus-Simulator 16 die Hauptstadt war, wo man da angefangen hat, wo man da gefahren ist. Wurde jetzt als Mod im Steam Workshop veröffentlicht. Das Ganze kommt von Costa CZ. Ja, wie gesagt, ist für alle kostenlos zum Donut. Da könnt ihr euch, wie gesagt, mal Sunny Springs anschauen. Astragon macht da gerade eine relativ große Welle draus und vielleicht entsteht ja da die komplette Stadt. Man weiß es nicht, da muss man jetzt mal abwarten. Auf jeden Fall, diese Mod ist eine Karten-Erweiterung, also eine neue Karte, auf die ihr dort spielen könnt. Allerdings funktioniert das Ganze nur auf dem PC. Die Leute, die natürlich die Konsolenfassung haben, schauen natürlich wieder mal in die Röhre. Und ja, das war es eigentlich auch schon von den News. Ich sagte ja, es ist nicht viel, was ich bis jetzt zusammengesammelt habe. Aber sollte noch die ein oder andere News kommen, werde ich, wie gesagt, das Ganze denn am Montag noch nachholen. Und diese News sind praktisch in zwei Teilen. Sollte da wirklich was passieren. Wenn nicht, ja, dann war heute mal die Woche ziemlich ruhig gewesen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann hoffentlich frohen Montag nächste Woche hier wieder. Denkt dran, es wird ab, also von Freitag bis Samstag planen wir einen Livestream. Also wäre natürlich cool, wenn ihr da ein bisschen Zeit mitbringt und abends wieder mit dabei seid. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Restauranttag und wir sehen uns dann natürlich ja in den Let's Plays hier wieder. Damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!